so schnelle nachtschicht einlegen hier ist die neue leitung die ist aber schon wieder leicht verfettet wollen wir schnell spülen keine große sache da geht die 50 meter und da noch mal 80 das wollen wir heute abend machen viel zu sein gibt es leider nicht ein bisschen dunkel da habe ich schon eine klappe aufgemacht hier ist die düse bohrmann hat gerade druck aufgedreht dann geht es hier gleich los dann drehen wir den quatsch hier mal auf machst du mal die pumpe an abonnieren liken Das geht jetzt langsam ab, ja? Das geht jetzt langsam ab, ja? So, 120 Bar haben wir jetzt. So, 50 Meter drin, alles was ich wissen will, bin ich da hinten. So, du bleibst jetzt hier und beobachtest alle, dass keiner reinfällt. Ich latsche es bis dahinten durch. Oh, die Katakombe. Oh, die wird immer enger und enger. Es wird immer lauter und lauter. Sehr schön. Hier bin ich, hier in Esther bin ich, was ich machen wollte. Jetzt ziehe ich raus, hier und will noch einen Meter oder zwei da lang. Jetzt mal Bohren anrufen, dass er kurz ausmacht. So, ich bin an meinem Abstreik vorbei. Ich drehe mal ab, also runter. runter, 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 runter. So, jetzt machst du mal kurz ne Scheiße aus. Dann ziehe ich jetzt den Schlauch kurz raus und ich bin mit der Düse in unserer Leitung. Ich ziehe jetzt ein Stück raus und dann ziehe ich es noch mal dahin, wo ich sie haben will. Meld mich gleich oder du bleibst erstmal dran, ja? Moment, bleib mal dran. So, Buche, mach mal an. So, Buche, mach mal an. Tolle Hütte! Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter! Okay. Ja, die Leitung ist neu. Die wollen sie versuchen so sauber zu halten, wie möglich. Woran wir wissen? Tschüss. So. Weißt du, ob man es sieht, hier fällt die richtig runter. Ich bin nicht so richtig glücklich mit dem Abschweig hier. Ich finde, der ist tiefer als was weiter geht. Aber egal, kann ich es nicht ändern. Auf jeden Fall sind wir durch und jetzt ziehe ich einfach mal zurück. Den ganzen Weg zurück. Prima. Das war das. Irgendwas Heike ist hier verloren. Ah, mein Telefon. Was ist denn jetzt hier verloren? Mein Telefon, ich bin irre. Kaputt? Nee, ich hoffe doch nicht. So. Schön auf dem Rücken aufpassen hier. Hier ist der Ausgang, wo ich gerade arbeite. Ich ziehe jetzt mal raus. Uh, ich sehe es raus. Ich hoffe, du langweilst dich nicht. Und mir gibt es ein bisschen Schlauch hoch. dann überall raus. Tag, Stopp. Weiter, weiter. Hoop wollen sollst du! Pause. Das war's. Das war's. Okay. Puh. Wie sieht's aus? Wie weit bin ich noch entfernt? Ich bin gleich hier. So. So. Dann geht's jetzt ja nicht so schlecht aus. Okay. So. 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 So, aus. Mami, den Wasserhahn auf und dreh hinten zu und mach den Schlauch ab. So, aus dir Bein. Naja. Kann man so lassen. Sehr schön. Unsere Leitung kommt von da hinten. Macht hier irgendwo einen Bogen. Ist der Bogen da. Geht hier lang. Macht den Bogen, kommt hier rum. Da ist schon mal eine Klappe. Ein paar Meter vor der Hebeanlage. Ah, die ist jetzt schon wieder doch ein bisschen süffig. Na, ist jetzt erstmal eine Hebeanlage, kommt zurück. Weil von dort aus können wir nicht ziehen und dann geht da noch. Drei, Klappe. Von da aus. Warte aus! Und bitte. Lassar? So, 50 Meter drin, werden wir mal gucken, ob wir eingekommen sind. Oh, das ist noch nicht weg. Das ist eine Zuppe. Abonnieren. Like. So eng ist es da unten. Schöne Wochenende.